Md5Works, Heron, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute haben wir den 16.12. Und ja, hier vorne steht das 16.Päckchen, da packen wir das Ganze auf jeden Fall jetzt mal auf. Ich bin nicht verstanden, was wir heute entstanden haben. Erf oder linker, ich glaube, wieder zurück in Technik Spolheim. So, wir haben einmal die Nico Bean, die hatten wir glaube ich auch noch nicht, wir hatten nur mal andere. Ja, Nico Bean und hier nochmal dieses Eislicht, das ist auch von Nico, glaube ich. Ja, genau, von Nico. Ja, jetzt wissen wir dieses Mal, wie man das zündet, letztes Mal wussten wir das ja nicht. Und ja Freunde, dann viel Spaß jetzt bei der Zündung. So, Türchen 16. Machen wir erstmal die Nico Bienen. Sechs Stück. So, Türchen 16. So, dann jetzt die Eisfontäne. Die heißt ein bisschen anders, aber ich nenne sie jetzt einfach immer Eisfontäne. Kann man auf die Geburtstagstorte drauf machen. Ja. Ja. Ja, ruhig und langsam, ja Freunde, das warst du mit dem Video, dann sehen wir uns morgen wieder. Und ja Freunde, dann liked das Video, abonniert nicht, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, sondern tschau, bis zum nächsten Mal. Die Silvesternacht